Hallo und Herzlich Willkommen, wir sind am Südstrand 3, es geht weiter in die nächste Runde, Engelbärts Epic und ich weiß nicht, dass wir jetzt noch, oh je, dieses Mal kommt ein großes Fein. Und wir werden eingeführt in unseren Platz, um zu erzählen, was genau passiert. Aufhören, da kann ich nicht dran. Können wir das auch mit unserem Bild nochmal machen? Ja. Ein Flach der Saison, verursacht von Südstrand 3. Gut, das heißt, wir halten die Runde, weil ich noch 20 habe, wenn ich dann auch einen. Nein, da reicht der nicht. Ich nehme einen Entwurf. So. Ähm. Ich habe einen Arm, gut. Ich muss noch mal warten. Ich habe einen Arm, ich habe einen Arm, ich habe einen Arm. Oh 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 Schade Danke vielmals fürs Zuschauen Bis zum nächsten Video Ich war jetzt einfach nicht Ich hab ein paar Mal gedacht Aber es geht ja demnächst gleich weiter in der nächsten Runde Vielen Dank fürs Zuschauen Ciao Ciao